hallo meine lieben zur zweiten reaction hier auf dem kanal wir sprechen heute über fast fashion und ich würde mir wünschen dass ein paar leute von euch die die dokumentation noch nicht gesehen haben heute einfach mit mir zusammen nochmals ein bisschen dahin guckt denn greenpeace und make something hat auf instagram eine richtig tolle sache gemacht das sind nämlich einzelteile von stories ich habe das auf instagram damals direkt verfolgt und habe dann danach auch hier nochmal die zusammenfassung von der ganzen geschichte gefunden es geht heute um fast fashion und was mit dieser fast fashion passiert wenn sie bei uns im kleider container landet und dann verschifft wird und nicht mal das weil ich habe das ja immer wieder mal in meinen videos auch erwähnt gehabt dass kleidung auch neu weggeschmissen wird über produktion beispielsweise ich bin zum ersten mal mit nur über produktion in kontakt gekommen da hat meine kollegin das ist auch schon ein paar jahre her mir was mitgebracht von h&m aus der türkei aber nur für euro das war richtig wenig geld und gegen satz nun minimaler bruchteil und es war auch aus so nur über produktion wenn die sachen dann verkauft werden wäre es ja toll aber in die ketten produzieren und produzieren und produzieren ich will es nicht von hinweg nehmen denn das macht gerade kein sinn denn wir gucken uns jetzt zwei vlogs an diesen relativ kurz und ich werde ein bisschen was aus meiner sicht über die thematik reden und ich würde mir wünschen dass ihr auch ein bisschen in den kommentaren mit diskutiert ich befinde mich heute oben denn ich weiß dass hier jetzt viel untertitel im spiel ist damit sich nichts verdecken denn nicht in jeder ist super gut in englisch und wir reagieren natürlich auch so ein bisschen darauf was hier gesagt wird so wenn ich hier mein dad sagte mir oder like people think of second hand that it's from that people because in afrika people couldn't believe that people will throw something away if it's in such good shape und das ist es ich habe jetzt gerade und da kann ich vielleicht eure hilfe in anspruch nehmen ich weiß nie so richtig was ich mit alten textilien machen sollen also bei mir ist es so ich habe ein t shirt und das mache ich so jetzt nur mit t shirts t shirt und wenn das nicht mehr so zum so tragen geeignet ist dann wird es ein schlaf t shirt und irgendwann hat es hat so viele löcher dann mache ich in wieder ein lumpen draußen momentan brauche ich keine lumpen mehr oder ich gebe es in den kleidersack denn ich weiß nicht wo ich sonst die textilien hin tun soll man soll sehr offensichtlich auch nicht in den restmüll schmeißen das wäre zu schade denn beispielsweise das rote kreuz sammelt die sachen und gibt es an die entsprechenden händler weiter weil ich weiß ich habe damals fürs rote kreuz gearbeitet gibt es an die entsprechenden händler weiter auch wenn die in meinem fall sind die kleinen stücke dann wirklich kaputt kaputt wenn ich sie weg tue denn ich kaufe sie ja schon second hand und sind dann halt auch nicht mehr brauchbar weil das habe ich mir einfach angewöhnt so kleidungsstücke dann auch wirklich zu tragen und sie hat wirklich bis aufs allerletzte auszunutzen ist der user hi ich bin jola ich bin kampagnerin bei greenpeace für kreislaufwirtschaft textilien und plastik richtig große fans seitdem also ich weiß gar nicht mehr wie ich auf sie gekommen bin oder aufmerksam zu eng wahrscheinlich werde ich mich mit der thematik auseinander gesetzt habe und ich finde sie richtig cool und was sie auch richtig krass leistet das hat wirklich so für unsere umwelt sich einsetzen und diese doku die war ich habe sie jetzt wieder gesehen in verbindung mit mcdonald's und deren greenwashing mit dem papier schrägstrich plastik also diese verpackung wo dann doch plastik hat und so da wird sie dann für eingesetzt ich finde die hat so viel drauf richtig cool ich möchte euch jetzt mitnehmen auf eine reise hinter den schönen scheinen habt ihr das gerade gesehen alles textilienmüll ich sag ja nicht ohne grund der zweitgrößte müllberg und da gibt es nicht viel unterschied ist der textilienmüllberg auf der erde ein wieder den klemmer der fast fashion industrie die dunkle seite die wir nicht sehen und über die wir nicht sprechen sollen wir starten unsere reise in tansania und zwar genauer im hafen von dar es salam hier ist der eintrittsort für unglaubliche mengen von second hand ware so genannte mit tumba waren sie hier genannt wird aber eben auch für überproduzierte textilien ungewollte textilien in europa asien oder amerika wir haben gerade herausgefunden dass auch china derart viele neue textilien hier ankommen dass es den tumba markt fast in den schatten stört um den weg den leiten live circle von second hand ware hier in tansania zu verstehen waren wir in einem warenhaus eingeladen hier wurde uns gezeigt wie man direkte neuware also nicht nur second hand ware ordern kann das hier ist der ort von dem die händler das mit tumba markt ihre kleidung beziehen das ist so krass ich glaube es kommt in einem zweiten teil kommt es noch mal die steht auf so einem textilienmüllberg und zieht diese aldi uniform raus aldi süd in afrika muss man sich mal vorstellen in dem lager aus konnten leben dann auch direkt sehen dass man wirklich stapelweise komplette neu waren hat die für den europäischen markt zum beispiel bestimmt waren aber eben nie verkauft würden wir sehen hier nicht nur gemischte textilien waren teilweise es ist stapelweise das gleiche produkt also über produktion gerade nach der corona pandemie sind ganze lieferketten zusammengebrochen und diese textilien wurden aber weiter produziert und auch diese textilien werden jetzt gerade oft noch günstiger als die second hand ware in diese länder wie hier in ostafrika in tansania gespült da müssen wir überlegen die über produktion es ist ja über produktion das ist nagelneue ware die einfach nur produktion produziert wurde um wegzuschmeißen um sie wegzuschmeißen müsst ihr euch mal überlegen die sind billiger weil es zu viele davon gibt als eigentliche second hand marke wurde ich weiß noch vom roten kreuz es ist nur ein drittel in den laden gegangen also in den rotkreuz laden weil auch die textilien immer minderwertiger werden aber jetzt gehen wir zum mitumba ja genau zum mitumba das ist ein markt auf dem second hand kleidung verkauft wird alles importiert aus unterschiedlichen orten der großteil aus europa 89 millionen kilogramm second hand kleidung kommt pro jahr in tansania an quirlig bunt und voller kleinunternehmer jeder von ihnen hat ein großes risiko denn sie können meistens maximal ein bis zwei von diesen ballen an second hand ware an mitumba kaufen und hier ist es eben dass sie nie wissen was drin ist es ist also ein glücksspiel es kann sein dass ich etwas weiter verkaufen kann es kann aber eben auch sein was sich in den letzten jahren verstärkt hat dass wir schlechte ware dass wir stellenweise sogar kaputte ware haben die untergemischt wird dass es so eine unverschämtheit hat dann auch den menschen gegenüber die in afrika damit handeln denn wie ihr ja gehört habt wird da schlechte ware drunter gemischt die wissen nie was in so einem riesen ballen drin ist man hat ja jetzt gerade die bilder auch gesehen da gibt es auch ganz berühmte bilder von diesen ballen die zum teil auch wie so räder geschnürt sind und das zum teil hat einfach auch müll drin was wir hier gelernt haben ist eben dass die internationale fashion handel mittlerweile die warenströme von mitumba von second hand ware auf den afrikanischen markt ausnutzt als billigen weg den müll loszuwerden also eigentlich nichts anderes als illegaler müllexport und die kosten dafür tragen die menschen hier vor ort die nie wissen ob das geld auf das ganze geld was sie für einen tag zur verfügung haben dass sie investieren in so einen ballen am ende ihnen auch das geld bringt dass sie brauchen um ihre familie heute und morgen zu ernähren hey leute ich möchte euch anniky wir vorstellen wir kommen gerade aus einem interview mit ihr sie gehört zu den beeindruckenden frauen die wir euch auf tanze wir haben eine reise vorgestellten auf vorstellen wollen und manche show you on our trip hier in tanzania und sie eigentlich das upcycling mit mithumba anna upcycelt stoffe von mithumba von mithumba markt nach dem interview hat es angefangen zu regnen also eine gute gelegenheit für uns sie in ihrem studio zu besuchen und anzusehen wie du wie der recycling vorgang abläuft wir sind hier in Texas wir haben gerade eine interview hier und jetzt sieht es gerade zu regnen also wir haben die Möglichkeit zu besuchen sie in ihrem studio und sie wird uns zeigen wie die Dinge wirklich passiert in der nächsten Welt es ist ein interessanter adventure es ist so die Idee war es ein Produkt, das die Leute lernen können, selbst wenn sie keine Taylor-Experienz haben und wir kamen mit diesem Headband wir testen sie und es sahen wie es mit allen Nationen zu sprechen und ich liebe es einfach, weil ich mich immer mit einem genannten Kind fühlte ich immer, es ist wie, wo ist dein Haus? ich bin mir, der Welt ich liebe es, dass ein Produkt mit allen Nationen zu sprechen wenn ich hier kam, mein Vater sagte mir Leute denken auf der zweiten Hand, dass es von den Menschen ist weil in Afrika Leute können nicht glauben, dass Leute etwas wegwerfen würden wenn es in so guter Form ist und so sind wir halt auch also mal von der Überproduktion der Kleidungsstücke abzugehen schmeißen wir halt Kleidung weg, die halt einfach noch gut ist und ich habe mir halt einfach angewöhnt, die Kleidung erst wegzuschmeißen wenn sie halt kaputt ist wenn sie bei mir schon etliche Jahre war und für mich und meinen Kleiderschränk ist es wichtig, dass da nur Kleidungsstücke drin sind die ich auch anziehe und wenn die Sachen noch tragbar sind und ich die wirklich nicht mehr anziehe dann werden die auch verkauft aber durch das, dass ich eben schon Second Hand Ware kaufe die halt dann auch wirklich trage weil so viele Kleidungsstücke habe ich jetzt auch nicht gehen die Sachen halt dann auch bei mir kaputt was ja auch richtig so ist also ich selber möchte mich da auch nicht rausreden deswegen habe ich am Anfang auch gefragt wisst ihr, was ich mit diesen ich sag jetzt mal kaputten Leitungsstücke Schrägstrich Stoffen machen kann wo ich die abgeben kann außer in der Kleidersammlung und sagt nicht H&M oder sowas ich weiß, sie haben mal sowas gemacht aber es bringt mir nichts das bei H&M abzugeben das ist meines Erachtens auch ganz grobes Greenwashing 2014, als ich zuerst hörte über Sustainable ich dachte, oh, ich bin ein Teil von etwas größeres in diesem Markt, wo ich einfach liebte und ich liebte die Vielfalt von überall auf der Welt sie landen hier, weil sie meistens nicht wollen oder sie haben nicht das Ziel, das sollte es machen die Leute nicht wissen, wie kreativ wie passionate sie können sie können sie können etwas Neues aus dem das finde ich so toll dass sie eben sowas von kreativ ist und eben einen Sinn an der Masse an Klamotten sieht und daraus eben auch etwas Neues schaffen kann und dann, plötzlich der Welt, der sie abholt hat findet es eine Schönheit in es es ist nicht so schön es ist so amazing es ist eine Gäste es ist eine Gäste es ist eine Gäste es ist eine Gäste die Qualität nicht konsistent und ich denke, dass die Menschen die involviert sind sie aus dem Leben machen aber sie kämpfen mit dem imagine, dass du eine Gäste und das ist alles Geld für heute und dann du eröffnst und du findest, dass die Hälfte kannst du nicht verkaufen es ist hart brechen wenn ich mit Wendern und ich gehe nach den Marken und sie kennen mich und sie helfen mir auch, zu holen und sie sagen schau nicht, was ich heute habe das ist halt wie gesagt ich habe auf dem zweitkanal eine Reaktion zum Thema ich weiß nicht ob sie zu dem Zeitpunkt schon draußen ist wo ihr das jetzt guckt zum Thema unseres Recycling Systems gemacht da hat die alles ja ein Video gemacht da habe ich drauf reagiert und das schneidet da so ein bisschen mit ein denn es wird ja im Endeffekt Müll also kaputte Kleidungsstücke oder Sachen die halt absolut gar nichts mehr taugen darunter gemischt und das ist das Ding wir Europäer sind so arrogant und denken ach weg da ich pack mein Kleidersack voll und schmeißt die altkleidung weg und ich sehe sie dann nicht mehr und das ist dann das ist das allergrößte problem weil wir halt einfach nicht sehen was daraus wird und dann gibt es immer noch die die trotzdem immer wieder neue Kleidung kaufen und dann merken ach das kann ich ja noch secondhand verkaufen klar ich bin jemand ich lebe seit Jahren von solchen Menschen also seit Jahren und auch ich muss jedes Mal sagen und bin erschrocken was für eine Qualität die Sachen haben ich sag's ja immer wieder also ich bin wirklich erschrocken ich habe Athletics Schuhe für 4 Euro oder 3 Euro gekauft secondhand die haben ein bisschen Verfärbung gehabt und schon eigentlich für die Allgemeinheit hatte hatte der Schuh keinen Wert mehr also 3 Euro das ist halt alles Müll das ist alles Müll wenn ich das allein schon wieder sehe kriege ich Herzschmerz davon das ist das woher wir auch brauchen borders und limitations und Regulations nicht nur von Tanzania sondern weltweit was wir tun mit den Fabriken die wir nicht recyckeln können was wir tun mit Polyester das ist so harmful zu dem Environment zu recyckeln in der in der Weise kann es reused Do you have any advice for European people actually you know with your background of growing up in Germany how can they start or what would be a good step to get a bit of a greener closet you know start to I don't know renting sharing so do you have any advice as a professional designer I feel confidence you know look I mean I wear a 10p shirt das ist so geil 10 cent shirt hat sie an und so gehe ich halt inzwischen auch vor ich habe gestern oder am Sonntag habe ich bin ich mit meinem Vater unterwegs gewesen und wir waren bei so wir haben so geguckt bei in unserem teuersten Laden an der Stadt da waren Kleiderstücke für über 500 Euro im Schaufenster ein T-Shirt war das glaube ich war es ein T-Shirt ja ich glaube es war ein T-Shirt und ich habe halt in dem Moment gesagt ich glaube mein ganzer Kleiderschrank ist nicht so viel wert naja also vielleicht schon ein bisschen mehr aber und das geht es ja nicht es geht ja darum was für eine Qualität hat das Kleidungsstück wie schön ist es wie gut sitzt es welches Selbstvertrauen wie sie gerade gesagt hat hast du in das Kleidungsstück und das geht es doch eigentlich wenn ihr mehr Hintergründe über die Geschichten hören wollt die wir hier kurz angerissen haben dann folgt uns auf unserem Make Something Kanal dort findet ihr Storys, Posts und Hintergründe zu jedem dieser einzelnen Aspekte und natürlich könnt ihr uns auch begleiten die nächsten Tage und Wochen denn wir werden durch Tansania reisen werden durch Kenia reisen auf den Spuren der Mitumba Ware auf den Problemen der linearen Geschäftsmodelle aber vor allem auf den Spuren der wunderbaren Frauen die eben hier die Alternativen zu den linearen Geschäftsmodellen aufbauen und uns zeigen wie es eigentlich besser gehen könnte ich werde euch auf jeden Fall den Make Something Kanal unten in die Infobox packen ich glaube da ist jetzt schon länger nichts mehr passiert ihr müsst nach den Sachen suchen weil die sind ja schon ein bisschen älter aber man findet sie bleibt dabei wir freuen uns macht's gut so Teil 2 Hi guys, you always wanted to know what conscious collection means this one, and it ends up here und ihr wisst was conscious collection heißt also greenwashing H&M, that's what your conscious collection means und das habe ich glaube ich gesehen auf Instagram und wie entsetzt sie halt davon war guckt euch das mal an das ist alles Stoff das ist alles verfluchter Textilienmüll Hi, ich bin Viola ich bin Campaignerin bei Greenpeace für Kreislaufwirtschaft, Textilien und Plastik und ich möchte euch jetzt mitnehmen auf eine Reise hinter den schönen Schein den Glamour der Fast Fashion-Industrie die dunkle Seite, die wir nicht sehen und über die wir nicht sprechen wollen Was wir sehen ein Altkleider-Container hier und da was uns allerdings entgeht die Berge voller Klamotten das was ich vorher gesagt habe also für ein Europäer ist es mit einem Altkleider-Container erledigt deswegen habe ich ja zu Anfang gefragt falls ihr eine andere Möglichkeit wisst wie immer, wo man so Textilien die halt zu nichts mehr zu gebrauchen sind wo man die hingeben kann dann gerne unten in die Infoboxe ich weiß es wirklich nicht und durch das, dass ich es nicht weiß gebe ich es halt lieber ans Rote Kreuz weil ich weiß, die sortieren das aus und daraus werden beispielsweise Fußmatten oder so gemacht die verstopften Flüsse Afrikas welche Auswirkungen haben unsere Second-Hand und Textilmüll-Exporte auf die Gewässer Ostafrikas? Das ist so ekelhaft hier Mit Prejo waren wir am Fluss Symbasi oder genauer gesagt sogar auf diesem Fluss denn er ist mittlerweile so voller Plastikmüll dass man schon auf ihm laufen kann und hier haben wir gezeigt bekommen wie hier Müll gesammelt wird allerdings eben nur die PET-Flasche denn das ist der einzige Müll der am Ende zu Flakes recycelt werden kann also zerschreddert wird und das wird dann wieder von den internationalen Firmen angefragt zum Beispiel große Firmen wie Adidas also auch fast Fashionriesen fragen direkt bei den kleinen Sammlern von Prejo an weil sie eben genau diese Flakes brauchen für die bekommen dann auch die SammlerInnen Geld Das ist schon etwas älter, ne? aber nicht, dass sich da irgendwas schon geändert hätte das braucht man nicht mehr einen mit dem ganzen Restmüll von Textilien bis Plastikflaschen werden die Menschen hier komplett alleine gelassen und hier sehen wir eine regelrechte Plastiktextil-Virologie die Menschen bringen auf Anweisung der Behörden ihren Müll hierher weil wenn der Regen kommt führt sich dieses Fluss mit großem Wasser Mengen. Und die ganzen Sachen werden vom Fluss davongetragen. Das ist genau das. Und hier treffen wir auf das immerwährende Problem der Plastikabfälle. Es wird nie abgebaut, lediglich die Stückchen werden kleiner zum Mikroplastik. Und am Ende landet das im Wasser, die Menschen trinken und essen es letztendlich. Und das ist der Grund, wieso wir uns von Kunststofftextilien verabschieden müssen. Schon jetzt sind 35 Prozent des Neueintrages von Plastik in unsere Meere aus dem Waschen von Textilien. Bis zu 69 Prozent der heute hergestellten Kleidung bestehen aus synthetischen Stoffen und basieren somit auf Erdöl. Also ein Großteil von dem, was ich jetzt auch anhabe, also die Hose ist aus biobaumwolle. Ich trage meine Colotte, die ja zertifiziert ist. Aber das hier ist Secondhand, da ist Kunststoff mit drin. Und in meinem Schuh, der ist Silber, da ist auch Kunststoff mit drin. Und selbst in meinen Kompressionsstrümpfen ist Kunststoff drin. An der Namanga Border sind wir den Mitumba-Textilien von Tansania nach Kenia hinweg über die Grenze gefolgt bis nach Nairobi. In Nairobi vermischen sich dann unsere Secondhand-Textilien auf dem Kikumba-Market. Das ist der größte Secondhand-Markt des Landes. Der Markt hat einfach unglaubliche Ausmaße und einen Guide würde man sich sofort verirren. Hier werden Tausende von Ballen Mitumba-Ware jeden Tag geöffnet. Secondhand-Ware aus Europa, aus Amerika, aber auch aus Asien. Das ist das, was er jetzt auch sagt, ist das, was ich jetzt auch erfahren habe. Ich habe das ja auch mitbekommen. Die Kleidungsstücke haben keine Qualität mehr. Null. Und es geht so runter. Je billiger ein Kleidungsstück ist, desto qualitativ beschissener ist es. Und das merke ich ja auch, wenn ich sowas Secondhand kaufe. Die Sachen, von denen ich euch jetzt erzählt habe, die sind dann tatsächlich kaputt. Und da kannst du nichts mehr mehr entfangen. Größere Mengen an Unbrauchbartes. Wenn ich das sehe, mir wird direkt schlecht, muss ich wirklich sagen. Weil ich mich jetzt auch schon so lange mit Secondhand-Mode beschäftige, du wirst vor allem so als Einzelner, wirst du nicht Herr über das Problem. Auch Barentextilien werden dann einfach in den Nairobi-River geworfen. Der Nairobi-River ist passing exactly at the center of the Gekomba Market. Then a thousand and thousand of textiles are thrown there. That's where the textile land up. Ihr seht hier die Endstation für Kleidungsstücke. I have never seen... Ein Ort wie dieser habe ich noch nie gesehen. A place like this? You are living here in a book on textiles. Das ist so cool. Der Boden besteht buchstäblich aus Textilien. Guckt euch das mal an! Das ist einfach krank. In the market you see layer of layer of layer of textiles. I have never seen something like that. Schätzungsweise 30% der in Fast Fashion hergestellten Kleidung haben die Ladentheke nie gesehen. Überproduktion. Sie werden entsorgt oder als Secondhand exportiert, obwohl sie neue Ware aus. Das ist so krank. Wer sich übrigens fragt, warum das passiert, das macht man, um den Preis zu halten von beispielsweise einem T-Shirt. Da wird überproduziert, überproduziert, überproduziert. Da sind ja immer Händler dazwischen, die schätzen, wie viel man ungefähr braucht. Jetzt gerade für H&M oder was weiß ich, Sarah oder so. Und was dann zu viel ist, weg damit. Im Slum von Kibera konnten wir uns jetzt auch ein Bild machen, was denn mit den ausgetragenen Secondhand-Textilien passiert, nachdem sie nicht mehr genutzt werden. In Ermangelung jeglicher Mülltrennungs- oder Sammelstrukturen landen auch sie hier häufig in Flüssen, in Abwassergräben und dann am Ende meistens an informellen Damp-Sites, also Mülldeponien, direkt an den Häusern. Also hier ist der kleine River. Und dieser kleine, den Sie hinter mir sehen, findet sich später in den Nairobi River. Der Nairobi River fließt, schlängelt sich sozusagen durch den Kikumba-Market. Wenn dann der nächste Regen kommt, wird mit dem Nairobi River dieser ganze Plastikmüll, diese Plastik-Textilien weggeschwemmt und landen am Ende im Indischen Ozean. Bei so was Färten, wir hatten immer nur eins, wir Menschen sind halt schon scheiße, ohne Witz. Lokal engagierte Wastepicker haben sich jetzt zusammengefunden und für wirklich ein Clean-Up-Projekt und sogar Renaturierungsprojekte am Fluss und sie schaffen es sogar, informelle, lokale Mülldeponien komplett abzutragen. LIMO, 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 LIMO is an abbreviation of Lakisama Environmental and Waste Management Organization. It's a community-based organization. We are trying to work on a program that will see this river clean again. We have some groups that we have already identified. They are working along this river and they are really doing a great work. They have been doing a river transformation, transforming the damset into green spaces, planting, beautifying the area. Is it possible to get clean drinking water without buying it in a bottle? It will be only possible if you can start taking care of our rivers. Because again, they are immediate support. Guckt euch das an, das schäumt alles. Und dieser Matsch da, oh mein Gott. When we have no water, this water is being pumped again to our tanks. The precious thing God has given us, water, and again water is life. That's very important to me. I believe water should be, no water is a necessity. And a human right. And do you think that international brands like Coca-Cola, Nestle, but also H&M and CNA, do they have responsibility for this? They really have a big responsibility. Because if you go to our river, you will find most of their waste in the river. So they should start asking them, they should start asking questions, why are those waste finding out the waste to the river? Because again, why should Coca-Cola sell a bottle of plastic? Where, when we only need that, what is inside? Once they have started processing the materials, they should know where this material will find its way back to the company. Genau so ist es halt. Diese Verantwortung muss jede Firma einzeln haben. Man bringt dieses Material in Umlauf, also muss man auch einen Weg finden, wie man dieses Material abbauen kann. Und das kann man halt Plastik immer noch nicht. Yes. Do you have something to advise for European people? How can they help, for example? Yes, there is a really need of help from the European countries, because again, you see this river, this river connects all the, this water is the one that connects our continent. Africa, Europe. So, and this is our environment. They are part of the environment, and they are part of this river. Because if they want start, if they can come help us from this, at this level, before the river reaches at the sea level, at our oceans, then we will be securing them. We will be securing each and everyone's flight. Was ich hier gelernt habe, nicht die Menschen vor Ort sind schuld an diesem Chaos. Es sind die internationalen fast-moving Consumer Goods Firmen, wie die Fast Fashion Industrie. Sie fluten ganze Regionen dieser Welt mit ihren nicht verrottbaren, nicht mal recycle-fähigen Produkten, wie Textilien, wie Verpackungen, die am Ende genau hier landen. Die Textilfirmen müssen verpflichtet werden, weniger und besser zu produzieren. Beim Design muss schon darauf geachtet werden, dass die Textilien langlebig sind, dass sie reparierbar sind, dass sie recycle-fähig sind. Müssen wir euch mal vorstellen, wie geil das wäre. Ich glaube, Levis hat das gemacht, oder? Levis hat ja doch irgendwie sowas. Dass sie gesagt haben, dass du mit einem Levis-Jeans zu ihnen kommen kannst, jederzeit, wenn irgendwas kaputt ist. Oder so. Was Levis? Wenn wir nicht mehr hundertprozentig sehen, er nagelt mich da nicht fest. Irgendein Unternehmen war es, was das, von dem ich es weiß, aber es ist nur eins. Fähig sind. Und am besten sind sie auch cradle-to-cradle-fähig. Das bedeutet, landen sie dann doch in der Umwelt. Dann können sie verrotten und sorgen nicht für Mikroplastik-Kontamination oder solche Müllberge wie hier. Das ist auch, der Europäer ist halt auch bequem. Auch ich bin bequem. Diese Hose, ich weiß, wie man sie sieht, die ich hier anhabe, die ist das Bio-Baumwolle und die knittert wie bekloppt. Also, Kunststoff macht halt auch, dass man das Kleidungsstück, dass man das Kleidungsstück nicht bügeln muss. Und auch ich bin zu faul zum Bügeln, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich trage sehr viel Kunststofffasern. Also, das ist vielleicht was, an dem ich wirklich noch arbeiten sollte. Wenn ihr mehr über unsere Reise hinter den schönen Schein der Textilindustrie erfahren wollt, dann folgt uns doch auf unserem Konsumwende-Instagram-Kanal von Greenpeace auf Make Something. Da findet ihr dann auch die ganzen Geschichten und Fakten hinter den Storys, die wir hier nur ganz kurz anreißen können. Und auf YouTube geht es in der nächsten Folge hier dann um die Wacepickerinnen, Upcyclerinnen und Umweltaktivistinnen, die sich hier mit Mut, Entschlossenheit und unglaublicher Kreativität gegen die Müllflut der internationalen Fast-Fashion-Konzerne stemmen. Bleibt dabei! So, das werden wir hier aber nicht mehr besprechen. Und ich glaube, dieses Video geht es gar nicht. Gar nicht mehr. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wir haben jetzt mal zwei Teile hier besprochen. Ihr könnt gerne auf den Kanal von Greenpeace gehen. Das ist mir, wir haben ja eh recht, wenn ihr diese Dokumentation, die ist einfach nahezu untergegangen auf YouTube, wenn ihr diese Dokumentation nehmt und die verteilt. Geht liken, geht hin, liked das Ganze, lasst einen Kommentar da. Das ist super wichtig auf YouTube, damit es halt einfach weiter verteilt wird. Denn die Thematik ist wichtig. In diesem Sinne melde ich mich ab. Ich bedanke mich bei Greenpeace für die wunderbare Aufarbeitung dieses Themas. Und ja, schickt euch alle rüber zu Greenpeace und vor allem auch zum Instagram-Profil. Das verlinke ich euch unten. Dann guckt mal den ersten Kommentar an. Ich sage danke fürs Einschalten. Als zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.